auf jeden fall auch viel cobblestone und ich mache gleich kisten dann gehen wir erst mal uns den ganzen cobblestone hier rein okay und es wird richtig witzig da machen wir so leute die hier dann stehen und die treppe bewachen wir müssen auch die richtung bauen wir müssen auch sandfarben für glas glas war sehr nützlich durch das kann man von der seite da kommen wir uns mal so eine richtig schöne festung nein scheiße junge da ist der diamantblock packt ihr doch lieber in die kiste oder so ich mache ich mache vier kisten meine leppel man dreizehn leppel das ist reicht nicht ich komme mal hoch so ruhig mal gut macht es ja genau ja so sollen wir so eine verbindung dran lassen es irgendwie schon ich fände es witzig wenn die dann versuchen hier hoch zu kommen an dieser verbindung aber wir uns am besten so eins breiten es ist richtig witzig wenn die versuchen die treppe hoch zu laufen oder platz hier oben schon mal fackeln genau schon macht du schon mal fackeln überall ja ich muss erst mal hier gucken wo wir noch mal waren dann mache ich damit das ist gerade tag oder nach draußen es ist nacht oh hier ist ein sumpf hol mal deine sachen die die sparen bald noch ja ich komm noch grad ja komm fünf minuten geh dich nicht mehr ey wenn die die spawnen ich bekomme dann so ein hass auf dich ne geh mal runter lieber ja soll ich jetzt und warte ist kannst du mal schnell die koordinaten geben das siehst du doch direkt vorm spawn ich hab das gerade sogar beleuchtet das musst du sehen ich glaube ich baue mich gerade direkt am ich glaube ich baue mich direkt in der höhle hoch eine höhle auf dem berg platziere mal ne fackel siehst du das nicht bin jetzt gar nicht mehr im spawn aber ich gehe jetzt mal wieder dahin du bist nicht ernsthaft gerade in die komplett falsche richtung gelaufen nur um zu erforschen was da ist oder nein das sieht man doch direkt vom spawn ja warte kann man das nicht sehen okay ich höre hühner mach jetzt mal richtig viele kisten bist du da sammelt den rest auf meinen sortier ich deine sachen mal oben die kiste also ich bin jetzt beim spawnen scheiße ich bin im sumpfgebiet ich bekomme gerade aggressionen gegen dich weiß du okay warte ich bin jetzt beim spawnen ja wo bin ich denn das problem ich auch fahr okay ja ich möchte ich wirklich akka hat den richtung bekomm gleich sammeln ich nicht hier die sachen auf ich laufe jetzt nach oben ich habe kein bock wenn die jetzt die spawnen dann ist es deine schuld weil auch ich würde sagen dass ich untergehen soll nein 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 ich hab schon renn hin Renn hin, ich glaub die sind schon despawned Wenn die despawned sind, dann töt' ich mich Gut, so Weißt du, wo war das, wo bin ich drin gefallen? Direkt da unten drunter Oh, ich hab's Alles? Auch die ihr mal Glückes? Gut, perfekt Die sind richtig viele Hühner, ich tötete die Male Ja, ich hab teilweise auch Sachen hier oben, warte mal ab was noch hier oben ist, ne? Ich hab auch Sachen hier oben So Ähm Oh nein, jetzt nervt die Zombie Okay, ich bin Level 15 Hast, äh, wo ist denn der Ofen? Hast du einen Ofen? Bei dir? Ja, haben wir Cobblestone? Ja, Cobblestone ist hier oben Aber egal, ich mach jetzt mal, ich brenn hier noch Eisen Dann mach ich mal erstmal ganz viele Eimer Und hol uns hier ein bisschen Lava hoch Und du baust bitte mal die Plattform weiter, okay? Oder willst du die Du baust einfach die ganze Zeit rechts gehen, dann siehst du da irgend so ein Gebilde Das sind wir Das sind wir Mach mir jetzt erstmal Okay, einen Bogen, den nehm ich nun mal noch nicht mit Und hattest du eigentlich ein volles Leben, als du gefallen bist? Ähm, ich glaub, ich glaub schon, ja Gut, also das klappt schon auch Joa, dann Gut, ähm, hast du irgendwo speziell Lava gefunden? Oder soll ich mich einfach Da ist sogar ein Lavasee, guck mal da hinten Drück mal, guck mal auf die Mini, da ist ein Lavasee Ja, ich hab ja eh gar keine Eimer Ich fiel einmal Ja, warte Dann, dann Farben du weiter die, ja, Mann Und ich hol die Lava von dort, okay? Ich mach uns um auch eine unendliche Wasserquelle Und farben auch ein bisschen Oh, ihr müsst mir ja mal eure Koordinaten haben Ich glaub, ich hab mich voll verlaufen Die Koordinaten sind minus 100, minus 240 Okay, ich bin bei minus 140 Du, du bist mal ne Höhle Okay Alter, das wär so göttlich, wenn die hier die Treppe hochgehen würden Diesen schmalen Gang Irgendwann ich hier dann Lava runter Boah, das wär so göttlich Ich glaub, sie machen das eher nicht, ne? Mh, nein Ich glaube, die, ich glaube, die werden das erkennen Dass das extra so gedacht ist von mir Trotzdem wär's göttlich Aber diesmal brauchen wir immer gar keinen Turm, ne, Donse? Ist ja kein Turm, es ist nur ein Festturm Ja, meinte ich Man kann sie erreichen, ist es eine Treppe oder so? Hier ist ein Kreuz Hier noch bald Und wie viele Eimer brauchen wir denn? Oh, Mensch, die ist überall Der komische Rächer Ich weiß nicht so viele Vier Eimer, minus 150, oder? Ja, minus 100, minus 250, genau Moment Reicht ja, wenn wir oben einen Wassereimer haben, oder? Okay, ich geh in die ganz falsche Richtung Die ganze Richtung Oder? Reicht ich? Weißt du, weil es ist blöd, wenn wir nicht mit dir reden Sepp Sepp, nein Wie heißt du? Saat, genau Ja, Saat Ich kann mir Namen nicht merken Das ist eine kleine Schwäche Was ist eine große Schwäche? Nö Nicht Ich sollte erst noch Sand farben Ich fahm jetzt erst noch ein bisschen Sand Weil Sand brauchen wir auch auf jeden Fall von Glas Ist doch scheiße, wenn wir nichts sehen Wir müssen da so richtig große Glasflächen haben Boah ey, wenn ich euch jetzt noch finde, dann bin ich cool Das wird jetzt schwer Wir wollen Das war nicht übertreiben Und wir haben kein Boah, dieser scheiße Monster Jetzt bin ich da, wo ich am Anfang schon war Der Server lag, ne? Nö, finde ich nicht Also bei mir lag war überhaupt nicht Bei mir, bei mir ist noch nichts mehr Okay, dann ist da nicht eine Verbindung Nee, sonst könnte ich ja nicht mit euch reden Vielleicht deine Minecraft-Tabbing-Look Zum Internet Hä? Oder es ist einfach irgendwie ein Chunk-Bug Toll, hier war eine schöne Eine richtig schöne Höhle Boah, Creeper Reg mich nicht auf Alter, diese Monster gehen einem so oft die Nerven, ne? Das ist unmöglich, man will einfach nur farmen und die Hören nicht auf Ich bin schon Level 22 Hast du jetzt wenigstens den Diamant-Block Oben in die Kiste gegeben? Kattel Ja, hab ich Alles in der Kiste Hey, aber ich fand nix Scheiße, du hättest dir, ähm Hast du dir eine Diamantspitzsacke gemacht? Mhhh Nein Komm mal bitte Dann kommen wenigstens mal noch um nach dem Diamant-Spitzsacke und farm schon mal Obsidian, okay? Wenigstens vier Ja, zwei Man braucht zwei Obsidian Ich muss die eh nochmal hier irgendwie Aber wir haben glaube ich gar nicht mehr so viel Zeit 45 Minuten sind schon Also die Hälfte ist vorbei Also es war jetzt, ähm Ich bin jetzt bei Z minus 200 Und X war Äh Okay, klappt die da alles Minus 200 und X war was Ähm X war X war X war X war 100, minus 150 oder? Ja, minus 150 etwa Und dann siehst du da schon dieses Ja Das sollte man Sehen können Eigentlich Bin gleich da Ja, meine, da müssen wir schon aufpassen Weil so hoch ist es jetzt wirklich nicht, ne? Was wir da machen Ja Wirklich nicht hoch Müssen wir richtig aufpassen Ich seh' dich, glaub ich Ja? Ja, ich seh' dich Hm Na mal, wenn wir in die Lüge Dann wirst du mich schon das sehen Wie auf dem Lüge Ich mach's dir in der Regel dann raus Fertig So was nerven das, ey Boah, ich seh' unser Gebilde Ich muss da mal ganz kurz'n, äh Waypoint machen Ja, also ernsthaft Von oben sieht es viel tiefer aus Als es eigentlich hoch ist Jetzt, ne? Steht da nicht Boah, also echt Eben hab ich Wurde bei mir nix gespawnt Also hat irgendwie alles rumgespackt Und jetzt Als ich reconnected bin Hat ja alles geklappt Ey? Also es hat ja geklappt Ich wollte was in Chat schreiben und so, aber Ah, da, ich seh' euch Ja, genau Fertig Genau, hier sind wir Da bin ich Ey! Schlägst du mich? Ja Du stehst Da drauf Ja, ich bin stress Ähhhh Ö-õ-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du Ah, ich wollte mir Fakil machen Yeah, geil zu tricki Was meine ganzen Fakil geklaut Hallo Ich lasse hier einfach mal Wasser runterlaufen, dann können wir auch relativ gechillt mal runterspringen, sollten wir es müssen. Ich mache jetzt einen Diaspitzverkehr, ne? Weil ich einfach kaddeln bin. Oh, noch neun. So, ich hole jetzt vier Eimer, ne? Vier Lava-Eimer. Soll das noch ein bisschen breiter werden? Bisschen größer, die Fläche da oben? Ja, auf jeden Fall. Scheiße, ich habe eine Fail-Target gemacht. Fuck. Ernsthaft, jetzt. Was? Nein, Spaß. Bitte überprüf mal kurz, ob das nicht Spaß ist. Wenn er dir die... Schau mal bitte nach, wie viele Diamanten er hat und was für eine Spitzarge er hat, okay? Unbedingt nachschreiben, sag mir das mal bitte. Boah, das war echt Spaß. Sechs Diamanten sind da drin und... Ich habe dir was in einer Target geschmissen. Zeig ihm mal bitte die... Zwei Äpfel, Eier, zehn. Nein, guck mal dann im Winter. Ich habe dir eine Spitzarge hinzugefügt. Ja, ich habe eine Diamantspitzarge jetzt. Gut. Ja, jetzt geht wieder. Boah, Alter, wenn das kein Scherz gewesen wäre, ich hätte dich instant gekillt, ne? Das ist... Boah, ich habe noch richtig viel Eisen. Will mal dein Lieb... Kannst du mal die Spitzarge gehen, ich habe keine Zeit. Kattel, sowas darf dir nicht passieren, ne? Die Hälfte der Zeit ist um, also wir haben definitiv noch Zeit. Hast du wieder aufgesammelt? Ah! Ich würde es einfach mal schauen. Ja, warum wirfst du die denn zu mir? Ey, Leute, wir sagen... Wir machen es einfach so. Wir sagen, wir sind die harten Jungs und wir bleiben oben. Hä? Was ist schon wieder? Die Schüttel hat zu mir gekommen. Gut, hört mir nichts. Ach, da ist der See. Wir sind die harten Jungs und bleiben oben. Ich habe dazu gehört. Wir bleiben oben, egal was die wollen. Wir bleiben einfach oben und gehen die nicht zu. Weil, wenn wir jetzt wirklich die Schüsse gehen nicht auf. An der Festung planen dann. Was geht nicht auf? Der Plan. Die Kisten gehen nicht auf. Ach so, die Slack irgendwie. Yo, so. Machen wir jetzt einfach mal ein Waypoint da oben. Und hier? Na, jetzt. Ach, ist halt, äh... Schon wieder nicht. Nein. Und Essen sollten wir auch noch ein bisschen fahren. Fahren, bauen die eigentlich schon eine Festung? Nee, ne? Ähm... Ich wette, die machen das links gegenüber. Also, ernsthaft, ich würde schon sagen, wir bleiben hier einfach oben. Klappen habe ich oben. Soll ich die hier schon noch ein bisschen breiter bauen? Äh... Ja, ja, macht das schon. Du hast nicht ernsthaft Wasser, Kaddel? Das weiß ich nicht. Wer hat hier Wasser mit dem Eimer rausgenommen? Wo denn? Oder ist das? Nee, ich habe nichts mehr gemacht mit dem Eimer. Ich habe nur einmal was, aber... Bitte... Bitte, bitte mach mal hier, ähm, den Brunnen wieder fix. Bitte fix mal hier den Brunnen. Moment mal, ich leck's. Ja, irgendwie leckt das grad ernsthaft, ne? Ihr seid, ihr steht... Ah, da bist du ja. Das leckt grad. Du bist in der, in dem Stein drinnen. Restarten vielleicht? Okay, jetzt... Reloaden jetzt. So. Keine Ahnung, was ist da los? Gefixt. Gut. Boah. Komisch, normalerweise, äh, kackt man die D-Extory immer so richtig ab. Also, leckt immer so voll ab und so. Tja, liegt... Nehmt ihr mit D-Extory auf, oder? Ne, jetzt, jetzt, äh, geht das ja vor. Jetzt habe ich über viel... Ja, ich lege auch grad die D-Extory auf. Also, ich finde die D-Extory prima. Ja. Ja, ist es ja auch. Aber, ähm, es ging eine Zeit lang bei mir nicht mehr und jetzt geht's wieder. Das finde ich gut. Ja. Ist der PC halt. Ich hab nichts mit dem PC bei mir zu tun gehabt. Ich weiß nicht woran das liegt. Das ging ja vorher auch und das geht ja jetzt auch wieder. Okay. Ich hab ein bisschen rumgespielt und dann ging das. Also, irgendeine Einstellung. Die neue Version von Fraps nimmt ihr auch an einem Stück jetzt auf. Ja, aber keine zwei Autospuren. Leider immer noch nicht. Ja. Nein, ich nehme die auch mit Audacity nochmal extern auf. Ja. Ja, genau auf dieses Synchronisieren habe ich echt keinen Bock, weil das... Stell dir mal vor, du cuttest öfters mal, ne, innen drin. Du zum Beispiel mal kurz was überprüfen musst mit der Aufnahme. Da musst du jedes Mal neu synchronisieren. Das ist so... Boah. Ja, ich grad mich jetzt irgendwo runter, was? Ja, ich geb mich jetzt irgendwo runter, was? Ja, ich geb mich jetzt irgendwo runter, was? Ja, ich geb mich jetzt irgendwo runter, weil ich finde einfach keine gute Höhle. Und ja. Habt ihr noch ein bisschen Kabel? Kabel müsste in der Kiste hier sein. Hier sind noch zwei Stacks und sonst haben wir nichts so scheiße. Wir müssen Kabbelfarmen gehen. Ja, ich fahr ja grad hier. Ähm, okay. Dann geh ich auch noch ein bisschen farben. Verdammt, jetzt hab ich auch noch kein Eis mitgenommen. So, was das neat? Ehm,好多 was.